Der PDA Tracking-Experte ist eine integrierte Lösung für das Auftragsmanagement mit moderner Telematik, die sich für den Außendienst, Handwerker oder das Transportgewerbe eignet. Das einfache Handling beginnt bei der schnellen Auftragserfassung. Die praktische Memory-Funktion stellt bereits bekannte Adressen und Daten zur Verfügung. Mit wenigen Mausklicks und Eingaben wird der Auftrag angelegt und im System gespeichert. Auf der Karte sieht der Disponent den aktuellen Standort aller Fahrtzwerge und kann den Auftrag schnell einem geeigneten Fahrer zuordnen. Sekunden später treffen die Daten auf dem PDA des Fahrers ein. Alle Daten werden eindeutig und ohne Missverständnis übertragen. Der Auftrag wird quittiert und durch einen weiteren Fingertipp startet die Navigation. Auf dem kürzesten Weg und ohne Suchen und Nachfragen findet der Fahrer sicher den Weg ans Ziel und kann sich dabei ganz auf den Straßenverkehr konzentrieren. Sowohl für den Fahrer als auch für den Disponenten ist die Lösung außerordentlich anwenderfreundlich und erklärt sich fast von selbst. Und das sogar in allen europäischen Sprachen. Die Software und die Menüführung machen es möglich, dass Aufträge bei Bedarf unterwegs verändert werden. Zum Beispiel dann, wenn aus zwei Paletten nur eine Palette wurde. Wir haben anstatt zwei Paletten nur eine Palette zu verlangen. Nur eine Palette, dann muss ich den Auftrag ändern, weil ich habe was von zwei Paletten. Innerhalb von Sekunden lassen sich die Aufträge noch vor den Augen des Kunden anpassen. Auch hier ist die Benutzerführung eindeutig und selbst erklärend. So ist der Vorgang immer auf dem aktuellen Stand und die Verwaltung wird spürbar entlastet. Entlastet wird auch die Umwelt, denn der PDA macht das Papier überflüssig. Schließlich wird auch die Unterschrift direkt auf dem Display geleistet. So ganz nebenbei dient der PDA auch als Telefon, über das die Mitarbeiter ständig erreichbar sind. Bei so vielen Funktionen ist die Zuverlässigkeit und Robustheit des PDA natürlich umso wichtiger. Ein stabiles Gehäuse schützt das Gerät vor den Einflüssen des rauen Alltags. Im Fahrzeug verwandelt sich der PDA wieder in ein Navigationsgerät und bringt Fahrer und Ware ohne Umwege an den Bestimmungsort. Das manuelle Eingeben von Adressen entfällt auch hier. Und noch ein Vorteil. Der PDA erfordert keine Installation. Dadurch ist ein Fahrzeugwechsel unter Einsatz von verschiedenen Subunternehmern problemlos möglich. Nach der Entladung kann der Fahrer den Vorgang abschließen und der Empfänger quittiert natürlich wieder direkt auf dem Display des PDA. Jetzt fehlt nur noch ein Tastendruck und die Unterschriften von Absender und Empfänger werden europaweit per GPAS an die Zentrale gesendet. Nun liegen der Disposition sämtliche Daten vor. Die Geofencing-Funktion dokumentiert die zurückgelegte Strecke sowie die Ankunfts- und Abfahrtzeiten. Hier funktioniert die Lösung wie eine virtuelle Stechuhr, ohne dass der Fahrer aktiv werden muss. Ebenso automatisch entsteht die Quittung als rechtsverbindliches Dokument mit allen Unterschriften, die sofort ausgedruckt und faktoriert werden kann. Somit wird der gesamte Zahlungsvorgang um mehrere Tage beschleunigt und die Liquidität im Unternehmen erhöht sich erheblich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017